willkommen zurück beim terren konflikt wir sind weiter am aufrüsten und vor allem brauchen wir geld mein besitz 27 schiffe 1,5 millionen so wichtig ist jetzt vor allem dass mein skiron aufgerüstet wird und dass meine frachter hier fantastisch super frachter genau wer muss mit der elite zusammen handeln wie weit hast du es noch mein freund er ist gleich da gut so demeter tanker dockt an mein privat mistral oha oha was ist raumkraut graben ost tor j raumkraut graben da sprung antrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung erreiche system raumkraut graben so mein freund transport du demeter tanker ja guck mal hier der schon fast erschossen ach so der war ja schon kaputt stimmt stimmt das war ja der kaputte es gibt keine unterstützung ich habe keine ich werde meinen profit zu sichern wissen hier ist meine fracht möge sie nur unglück bringen ich will nicht eine fracht ich will ein schiff mein freund tja mein profit ist verloren das schiff gehört ihnen danke so hallo mein freund ja klar der hat schilder laser alles weg so mal gucken wie es jetzt eigentlich meine fracht da geht ach so das weiter zum verkauf mein privat mistral eingehende nachricht er ist voll eingehende nachricht fantastisch super fracht ist angekommen super erweiterte optionen waren austausch mit elite jetzt geht's nämlich los also du übernimmst jetzt alles transferiert 25 mj schild install patrouillen software erkundungs software transferiert spezial kampf software kampf software handels software mk2 transferiert navigations software mk duplex scanner boost erweiterung transferiert so lande computer hast du handels computer erweiterung transferieren mineralien scanner transferiert sehr gut so mein freund oh hier ist mein skiron auch nee der skiron kann keine dings der kann die band die raketen übernehmen der kann event feuersturm torpedos feuersturm torpedos transferiert viel spaß damit gut so jetzt fantastisch kommando kommandokonsolen äh navigation springe in sektor raumkraut graben kommando akzeptiert gut wie sieht denn der sektor hier eigentlich noch aus da sind noch sonnenblumen und da ist ein schiff gut während unser schiff kommt suchen wir uns mal den kahn hier eingehende nachricht fantastic super frachter erweiterte option nein kommandos kommandokonsole spezial sammle wahren in sektor raumkraut graben kommando akzeptiert ach so und richtig kommando kommandokonsole und sag mir bescheid wenn du fertig bist gut wir steigen jetzt aus so wir steigen jetzt aus und übernehmen dieses schiff 200 meter entfernt wie groß ist denn das aufrüstbar bis 1000 einheiten fracht das ist ja bloß ein kleiner nur 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 komm schon warum liegt da genug dran wow ist ja groß schiffssteuerung transferiert so ach der kann ja bloß container l ist ja der kleine ja der wird verkauft ja alles gut alles gut 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 kurz warten noch mal wie viel prozent haben wir ach egal so gut das reicht jetzt du kommandos erweiterte option name ändern hermes zum verkauf kommando kommandokonsole navigation docker an oh wo kann der hinfliegen da andockerlaubnis erteilt kommando akzeptiert sag bescheid wenn du da bist tschüss alles klar jetzt kommt der nächste mein besitz jetzt kommt mein elite ist das hier kommando kommandokonsole navigation docker an im c4 kommando akzeptiert gut der fliegt jetzt aus der station raus an den c4 ran so wie sieht es mit dir aus 2 3 4 5 schilde sind voll bewaffnet bist du okay ausgerüstet bist du noch nicht ganz was du brauchst sind waffen jetzt kommt der große spaß erweiterte option enzyklopädie waffen wo kriege ich waffen her energiepulskanone flammenschleuder flammenschleuder sturm der weber flammenschleuderschmiede ja toll eingehende nachricht so was haben wir noch erschütterungsimpulsgenerator schildenergien und sogar strukturen schildern höhlenschaden reichweite drei kilometer argonen skiron passt wo kriege ich die her wird als produkt verkauft mehr der fantasie predigers zuflucht hat sogar zwei roter schein weißt du was skiron du fliegst jetzt nach roter schein erschütterungsimpulsgenerator höhlenschaden 3200 schildschaden ziemlich viel reichweite 75 schuss pro minute ja die sind ziemlich langsam ok 400.000 holla die waldfee ok aber die holst du trotzdem so und dann brauchen wir noch energiepulskanonen 1,48,9 schildschaden kosten tralala kann mein skiron die tragen ja wo kriegen wir die her profit center alpha na gut du wirst zuerst mal skiron mein besitz wo ist der skiron da kommando kommando konsolen navigation springe ins sektor roter schein rox reich rox los rotes hauptquartier raumkrautkram ronkas macht ring gomond ronkas feuer roter schein dort und klick kommando akzeptiert sehr gut und wir docken mal hier an um zu fragen was denn los ist oh warte mal jetzt gibt es hier unten ihr lied hat seinen auftrag beendet eingehende nachricht so finde auf sektor karte c für kommando kommando konsole navigation gehe zu position springe und gehe zu position kommando akzeptiert alles klar schließen skiron so erschütterungsimpulsgenerator null und der zweite zwei okay das heißt du musst dort andocken navigation docker an roter schein der war's erlaubnis erteilt kommando akzeptiert der war's genau und wir docken hier an um mal zu fragen was der für eine tolle mission für uns hat ah die miss die ist hier drüben so halli hallo freunde im namen des vorsitzenden ceo das teladi unternehmen ist über die gelegenheit mit jemandem wie ihnen großen profit zu machen erfreut willkommen an bord toll so info was machst du jetzt eigentlich energiezellen 3000 sonnenblumen ach du hast die sonnenblumen aufgesammelt gut wo kann ich diese sonnenblumen verkaufen naja müssen wir doch mal gucken so fantastic super triber sammle waren in sektor aktion nicht eingehende nachricht ihr c für ist fertig sehr gut gelandete schiffe ihr c für kommando kommando konsole navigation docker an andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so weil der c für ist jetzt hier zur links geflogen der elite fliegt jetzt hier rüber auf die station und wird verkauft energieplasma werfer null na gut so damit wäre mein c für eigentlich wieder frei ich würde sagen mein privat mistral navigation springe und fliege zur station der wird mal nach trantor zurückkehren andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert okay und ich brauche wieder eine kampfmission ich springe mal auf gut glück nach minelaus grenze eingehende nachricht handel was kriege ich für meine elite 700.000 danke erreicher system minelaus grenze so hier gibt es keine kampfmissionen das heißt wir wenden und gucken im sektor nebenan erreicher system königin hügel königinnen hügel oder keine königinnen liche mission na gut dann lass uns mal verschwinden familie ronker wie geht's euch sprungantrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung na komm schon erreicher system familie ronker missionen erzmine l beta oh ich sehe unsere zeit ist um ich würde sagen wir docken an eingehende nachricht und dann machen wir die mission nächstes mal ihr privat mistral so du kannst mal die ganzen energiezellen wegschmeißen energiezellen transferiert gut was hast du noch aufgesammelt eingehende nachricht geschützturm transferiert oh warte mal nein die gibst du ab geschützturm transferiert die holt sich der skiron erschütterungsimpulsgenerator installiert so mal gucken wo hatten wir die jetzt hin erweiterte option waffen du hast vorne zwei warte mal reichweite die erschütterungsimpulsgeneratoren die sollte ich in die seite schmeißen oder hinten ein weil der macht richtig festschaden damit könnte hier im abflug noch mal ein reinballern ok cancel hinten ach so geht ja gar nicht kein laser verfügbar erschütterungsimpulsgenerator entfernt oh der geht natürlich nicht hinten so ein Mist der geht nur vorne erschütterungsimpulsgenerator installiert ok da muss ich mir für den noch neue Waffen ausdenken so aber wir machen jetzt erstmal Feierabend docken hier an und fragen denn morgen was es für Missionen gibt und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen macht's gut bis zum nächsten Mal und see you later Andockvorgang erfolgreich Heil der Familie Ronka die Split-Dynastie wird durch ihre Anwesenheit an Bord geehrt Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt Verwalt meinst du wir ich y